Ich habe keine Ahnung was die ganzen Operator hier macht. Nämlich bei dich. Wo gehst du denn hin? Keine Ahnung, such dir aus. Garage? Das ist Garage. Das war doof, was wir gemacht haben. Das war nicht spawnen, sondern den Bereich auswählen, weil wir Verteidiger sind. Achso. Da habe ich nämlich schon gewundert, warum wir im Haus bohren können. Ja, das wird ja lustig. Ach, Terror. Was hast du denn da ausgesucht? Und? Schon tot? Na, du? Oh, ich habe keinen Plan, weil ich mit meinem Operator mache. Trefft nix. Ach, du Scheiße. Ich bin jetzt eh direkt tot. Von wo? Keine Ahnung. Ich leide nach. Da kommt irgendwo ein Schild. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern eingestellt. Und schon tot? Ja, überhaupt nicht. Ich leide nach. Du Scheiße. Ich leide nach. Ich leide nach. Ich leide nach. Du. Ik leide nach. Und schon wieder. Aber da, ich leide nach, wo du mal. Ich leide nach. Und schon mal. abend Das war eine sehr doofe Idee von dem. Das war eine sehr doofe Position, fand ich. Da unten. Was machst du da unten? Ja, ich habe gedacht, die kommen von unten. Da saß ich da schon in der Ecke. Kamerageil. Mal gucken, was die hier macht. Was bedeutet denn Kapazität? Kapazität? Ich glaube, wie viele Kugeln du hintereinander schießt. Ach nee, wie viele Kugeln du glaube ich insgesamt? Ich glaube nicht, dass das das bedeutet. Glaube ich auch nicht. Wo spawnst du? Manche steht ein, bei manchen steht 750 oder so. Lokalisierung. Wo spawnst du? Äh, Baustelle. Ich glaube nicht, dass sie in der Garage sind. Überhaupt viel öfter. Ja, aber die kennen wir ja eigentlich. Allerdings haben wir ja Ewigkeit nicht mehr gespielt, also kennen wir sie nicht mehr. Äh, Garage sind sie nicht. Die sind wahrscheinlich irgendwo oben. Ja, ganz unten. Ja, ganz unten. Ja, ganz unten. Und wie komme ich nach unten? Über die Garage. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort des Biografie. Ich habe 30 Punkte bis jetzt. Das heißt, dass ich 30 Schüsse insgesamt habe, glaube ich. Hier ist doch irgendwo eine Kamera. Mach mal mega, es war doch klar, dass da einer drin ist, ne? Tod? Nein. Ich werde nicht mit Schaden bekommen. Ja. Wenn du da lang gehst, sofort rechts an der Maul. Ja, ich bin schon längst tot. Ich habe die Granate gezündet. In dem Moment kommt er um die Ecke. Wir werden nur Bonds. Ich werde überhaupt Kupfer 4, ja? Ach so, ja. Es gibt ja noch Schlipper. Okay. Oh, der andere ist tot. Na, wie klar war, dass das hinter der Wand direkt einer ist. Da findet man halt diesen Scheiß Container. Von draus. Von draus. Von draus. Die Leute hier raus. Sind die das? Die Leute sollten gesperrt. Das ist lächerlich. Könnte ich wieder einfach draußen hinstehen. Ja, dann wirst du ja gesehen auch mal. Ja. Die Waffen von denen sind alle total scheiße. Wie viel Schaden machst du? Äh, ich mache, äh, 43 an. Die macht nur 28. Wo bist du? Ach so. Ehla. Ist das der Neue? Ja. Was kann der? Weiß ich nicht. Ich glaube, der macht Giftspürzen. Die Wand ist gesichert! Falsch. Falsch. Ich dachte, ich kenne diesen Raum. Keine Ahnung, was das ist. Aber durch hier. 10 Sekunden. Die Karte läuft! Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt! Halt, halt, halt! Sette Mobilschuss ein! Guck! Bitter kommt keiner, bitte kommt keiner, bitte kommt keiner! Halt! Was ist hier los? Ah, markiert. Von oben? Ja, steht nicht drunter. Die können durch die Wand, durch die Decke schießen. Ich hab's gemerkt. Schießt du? Nein. Steht doch egal. Hier wird irgendwann genau dran gefust. Ich hab das Gefühl, dass wir die letzten... Nein. Du willst gleich tot sein, weil die hier durch die Decke schießen. Warum kommt von da oben? Hä? Hab nämlich was zum Gegner gesehen. Ich hasse das. Oh, ich hab... Oh, man solltet, dann bin ich gestorben. Nur noch ein Gegner übrig. Ja. Marke, du... Verloren? Zu 100 Prozent. Oder gibt's vier und drei, ne? Vier. Ja? Uh. Uh. Oh. 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 Das ist auch ein neues. Ich wollte noch mal bei der Baustelle. Jingen gab's doch schon vorher, oder? Jingen, der Operator Jingen. Nee. Da war aber leider nicht mehr gespielt. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. ich habe 65 punkt jetzt habe ich punkte 135 ja bist du doch wir sind gar nicht unten ja 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 die sind doch nicht unten oder wir sind ja in der garage können wir von unten kommen du weißt du ihnen schießt da hingeht oder verbotung dort ja wo ich bin das macht ihn ja ich bin tot kapitulieren das machen wir eh verloren wenn wir es nicht schaffen da kommt das gleiche raus du bist ja komplett falsch also ich bin von unten gekommen und wurde erschossen wir müssen mal machen dass wir auch miteinander laufen da sind zwei gewesen ja ja ich weiß dann hat er fünf das habe ich den kunden übrig guck mit dem allen kill mindestens wahrscheinlich war dass er der kapitel kapitulieren gescheitert 127er level was sind wir denn eigentlich weiß ich nicht und du bist 69 kann man auch nicht zu sagen